Denkst du, was? Was soll denn der Blödsinn ausgehen? Ach du Scheiße, das hab ich mir schon gedacht. Was ist das komische Schredder da? Auch so ein Hirnflash, wie das immer aussieht, weiss? Dass du grad einen Reißverschluss zu machst. Ja, was? Ja, gut. Da ist ein Knopf! Vor ein bisschen Knopf. Tut sich was? Ja. Tut sich was. Komm mal weg! Nein, ich habe noch kein Bier gesoffen, ich bin so... Matze schwebt durch die Gegend! Wie macht sich's da oben? Okay, das hat jetzt so viel gebracht. Aber ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Du... Ähm, ja. Geh da mal in das blaue Schwabbelding da rein. Jetzt musst du... Jetzt bin ich ja Diggi. Da ein Portal hinsetzen. Über... Vermöde ich mal. Da ein Portal hinsetzen. Genau. Und hier? Ja. Point! Ja. Geil! Da ist ein Würfel! Was bringt denn der Würfel jetzt hier? Was hat der Würfel jetzt hier zu tun? Achso, ja. Ähm, kommst du mal her, kommst du mal her, weil ich bleib da oben. Ich bin jetzt so faul, ich bleib einfach hier hoch. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Es geht auch so. Stimmt. Du stellst einfach den Würfel da hin und kommst auch hoch. Obwohl, es könnte sein, dass ich dir jetzt halt hier das ein oder andere Portal setzen muss. Ja, genau. Das heißt, ich muss dir das hier setzen und das hier. Warte, das muss ich so ersetzen. Warum? Achso, um da hochzukommen. Ja gut, aber da kannst du ja das hier nehmen jetzt. Dann nimmst du das da, genau. Und dann sagst du mir Bescheid? Ich bin auf Maximalhöhe. Und das auswaltliche Portal. Das war nicht das falsche Portal, sondern du hast andere Portale noch nicht gesetzt. Ja. Okay. Gut, das liegt aber auch. Hey, das ist ja schwarz. Und jetzt? Okay, here we go. Get on. Wie? Ich komme. Zwar ist diese Test-Teamarbeit nötig, aber ich glaube nicht, dass ich euch in zweierfach vertraue. Na ja. Ja. Und sofort weiter. Und das wird wieder einmal zu nehmen. Wir kommen ja schon einfach an die Wand mal anzunehmen. Dabei muss ich gar nichts tun. Ja, dafür werden ja auch Punkte abgezogen. Ja, das juckt mich sowas von gar nicht. Was für Punkte? Kollaborationspunkte. Ja, und was sind diese Kollaborationspunkte? Keine Ahnung. Siehste. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken es reicht. Ach, halt einfach deine Schnauze. Also jetzt nicht du, sondern äh... Sieh. Sieh, genau. Aber... ...interessant. Man sieht wieder einmal, wie... ...ein Matze da oben rum schwebt. Okay. Ja. Es ist wieder das Zeichen hier. Das ist ein Läser, guck mal. Jeeep. Und das auch nichts. Allein kriegst du das aus und nicht hin. Ich habe auch einmal gedacht, was fliegt denn da jetzt? Und zack. Okay, äh... Irgendwie muss einer von uns... da hoch. Das kann sich einfach rumstehen und chillen. Nein. Geh da mal hoch. Also das war... Hm. Naja. Nicht ganz so geplant. Okay, wir schweben erneut. Mach mal vor dem Portal hin. Und dann... ...da oben irgendwo eins. Da. Genau. Ja. Wie... Sind das zu sehr versetzt oder was? Geh mal hoch. Geh mal weg. So. Genau. Okay. Das ist interessant. Hier ist ein... ...laser hier. Knopf. Und dieser Knopf. Ja. Geil. Lass mich raten, jetzt muss... ...das hier in dieses blaue Dings... ...reinfliegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ne. Ich glaub zu weit weg. Ne. Funktioniert genau richtig. Und jetzt muss es da hoch. Du musst da... Ja. So ungefähr. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich schweb hier blöd durch die Gegend. So. Alle frei. Matze, der Witz ist sowas von alt. Ich will das nur... Oft willst du, weil ich mich noch verbrutzeln? Ah, okay. Wir werfen nur sauber ausrichten. Okay, das scheiße. Warte mal. Mach endlich mal das an. Das ein... Mach endlich mal das Portal woanders. Das nicht auf. Komm nicht einen Würfel weg. Ja, gut, dann mach ich das. Zack. Oh, ne. Okay. Ähm. Gut. Jetzt muss ich da rüber. Ich hab mich noch nicht... Na, verdammt. Ich will doch da gar nicht so hin. So. Okay. Also du hast... Ich hab den Nase, ja. Dann würde ich mal sagen... Du kannst dich doch das so einfach machen und das da hier irgendwo hinbringen, oder? Mhm. Das müsste doch reichen. Mal schauen. Nee, reicht natürlich nicht. Dann muss es halt noch ein bisschen weiter runter. Hast du was gereicht? Fast, ja. Ja. Okay, dann probieren wir das nochmal. Geh nochmal. Genau, jetzt hab ich das gewollt. Bist du da? Ja. Okay. Ah, egal. Genau. Hier wollte ich nämlich jetzt hin. Jetzt kannst du hier. Wunderbar. Ah, ich bin frei. Treppe. So. Mal wieder diese blöde Kamera. Hört jetzt auf. Es ist nicht nötig. Okay. Hey. Das. Äh. Davon kriegst du wohl nie genug. Nee. Was ich schade finde, ist, du kannst du nicht runterspringen. Du willst dich irgendwie immer selbst umbringen. Nee, das... Ich weiß auch nicht, aber ich geh immer den Sachen direkt auf den Grund. Da wärst du ein Mann für die CIA, äh, für das, äh, SSI oder irgend so'n Scheiße. Wieso? Das ist so ne Krimi-Serie. Ich geh der Sache auf den Punkt. Hm? Tatort. Ich werd der Sache auf den Grund gehen. Oh, ich kann... Das ist reine Geschmackssache, aber ich kann mit diesen Serien echt nichts anfangen. Ich auch nicht. Muss ich leider zugeben, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Mhm. Gut, läuft. Blue, wie gut kennst du Orange schriftlich? Vertraust du Orange? Nicht gut. Und wenn ich dir sage, dass du nicht der erste Teampartner von Orange bist? Ja. Ja, schön. Man hat wieder einen Haufen Örtchen, wo man Portale setzen kann. Die Frage ist nur... Das Ding ist da, ne? Muss... Irgendwo was zum Springen? Aber ich brauche das bitte nur! In der ewige Niiii Charliexxxxxxxxxxxx. Ich find's eigentlich komisch, dass man gleich spiegert. du und vorher in das ewige Niiiiii Liberty'iiiixxxxxshxpfliegt. Und dann ist Weihnachten. Oh, cool. Beißt du? Wo hast ein den jetzt, JZR? Der lag hier so rum. Ja gut, okay. Ja... Äh... Der Matze sich über einen Würfel freut, das ist schon faszinierend. Ein Würfel ist intelligenter als du. Ein Würfel. Ein Würfel. Wenn ein Würfel intelligenter ist als ich, dann ist eine Kugel intelligenter als du. Nein. Jetzt auf einmal nein. Wo bist du jetzt gelandet? Das ist los. Dann können wir weiter. Und wieder einmal die Kamera. Ich will da rein, ich will da rein. Ich will da rein, weg. Obwohl, komm. Weißt du, schön war. Den Ruvo Dance. Ihr nackt mich nicht mehr. Ihr verkehrt nur meinen Eindruck. Ach, eine Blödsinn im Kopf. Scheiße. Was zum Teufel hast du jetzt gemacht? Verdammt. Ich hab scheiße gemacht. Ich komm nicht rüber. Ich weiß. Müsst ihr mich selber umbringen. Ich wollte gerade nur ausprobieren, ob das funktioniert, wenn ein Typ drüben ist, dass dann das schon aktiviert ist, aber das war's nicht. Experiment gescheitert. Jep. Jep. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob ihr dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Jaja, Schleimer. Richtige Schleimerin. Der läuft der Schleimer quasi schon hinterher, wenn's nur geht. Ja. So, jetzt kann ich uns gerne mal verfolgen. Wer sollte uns denn bitte folgen? Verfolgen. Die Würfel. Mysteriöserweise, weil es kommen die Würfel einmal ein Stückchen mit. Mhm. Gibt's ja diese laufenden Würfel. Böse, böse Würfel. Ruckel, 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 ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. So, und weiter geht's. Nummer 6. Was ist los? Doch, passt. Ich hab gedacht, das stimmt. Hört man, hört man, hört man was. Ja. Test, test. Das seht ihr das ist live, da kann natürlich auch mal was passieren, da kann nur was passieren, gell, Marce? Ja. So, tut mir leid, es ist schon ein bisschen später und irgendwann von Müdigkeit, nach Müdigkeit kommt Blödheit und die Blödheit taucht so langsam ein. Da kommt man einfach auf irgendwelche blöde Gedanken. Ja, ich versuche das jetzt rauszufinden, lass mich mal da durch.